Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch gern was zeigen und zwar möchte ich euch etwas zeigen von einer Zeitschrift, die nennt sich Aufblick und Ausblick. Könnt ihr sehen, interessante Zeitschrift, geht es auch immer wieder um, Verlag, Zeitschrift des Vereins zur Stärkung des biblischen Glaubens und da hat der Johannes Pflaum was über die 70 Jahrwochen geschrieben und das Interessante ist, dass der da zum ersten Mal oder ich zumindest zum ersten Mal einen Artikel hier sehe, in dem Aussagen zum Daniel etwas zurückhaltender sind, als die sonst gemacht werden. Zum Beispiel beim Startpunkt zu diesem 445 vor Christus, ja, dass der Erlass des Adaxerxes der Startpunkt war, an dem Jerusalem wieder gebaut werden soll, da schreibt er, hier geht es wohl um den Erlass des Adaxerxes, er schreibt nicht, hier geht es um den Erlass des Adaxerxes, sondern wohl, also im Sinne von vermutlich, ja, also man hat das irgendwie nicht so ganz mehr als als Dogma, sondern man ist wohl durchaus da der Meinung, dass es da auch andere Sichtweisen gibt und die vielleicht auch zulässig sind, aber es hört sich zumindest so an, als ob dieser Startpunkt, Adaxerxes 445, laut seiner Meinung, laut Johannes Pflaum, wohl der Startpunkt, also angeblich würde man auch sagen können, ja. Man muss das sehr genau sehen, die wählen ihre Worte auch sehr bewusst, so wie sie das tun, ich lese auch schon gleich den Artikel vor, an anderer Stelle schreibt er, dass man nicht weiß, wir wissen nicht, warum der Engel diese 70 Jahre auch in drei Fristen aufteilt, aber wir machen es trotzdem. Das finde ich schon heftig, ja, wir wissen zwar nicht, was wir tun, aber wir machen das trotzdem. Ich lese euch mal den Artikel, ich blende euch auch hier oben ein, wenn die ganze Sache dann, wann die ganze Sache interessant wird. Ich wollte trotzdem den ganzen Artikel auch zeigen, weil ich denke, das ist fair, aber am Anfang ist das ein bisschen langatmig, weil wir auch, und das sage ich ungern, Daniel 25, Daniel 9 Vers 25 bis 27 lesen, Gottes Wort zu lesen ist nie langweilig, sondern immer sinnvoll, aber wenn es dann spannend wird, blende ich euch dann ein. Ich fand es interessant, dass die Zurückhaltung steigt und dass man das nicht so dogmatisch vorträgt, wie viele andere das tun, ja, das wollte ich euch zeigen und vielleicht ist da langsam auch so ein bisschen umdenken, ja. Alles Gute, Gottes Segen euch beim Anschauen. Die 70 Jahrwochen von Johannes Flaum. So achte nun auf das Wort und verstehe die Erscheinung. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt bestimmt, um das Verbrechen zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Schuld zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Visionen und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. So sollst du dann erkennen und verstehen, von dem Zeitpunkt an, als das Wort erging, Jerusalem wiederherzustellen und zu bauen, bis zu einem Gesalben, einem Fürsten, sind es sieben Wochen. Und 62 Wochen lang werden Platz und Stadtgraben wiederhergestellt und gebaut sein und zwar in der Bedrängnis der Zeiten. Und nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören und sein Ende ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, festbeschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügel von Gräueln kommt ein Verwüster, bis festbeschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgegossen wird. Daniel 9, 25 bis 27 aus der Elberfelder Bibel von 2006. In Daniel 9 haben wir das Gebet Daniels, welches uns seinen geistlichen Charakter zeigt. Nun sehen wir, wie ihm aufgrund seines Gebetes ein Verständnis der göttlichen Prophetie gegeben wurde. So soll es uns ein Anliegen sein, in der Erkenntnis von Gottes Wort zu wachsen. Dabei geht es nicht um Spekulationen oder Sondererkenntnisse. Ja, da stellt sich nun die Frage, was sind Spekulationen und was sind Sondererkenntnisse? Da geht es uns ja auch nicht drum, sondern es geht uns drum, die Texte im Zusammenhang der Bibel zu sehen und zu verstehen. Hier speziell Jeremia 25, Schrägstrich Jeremia 29 im Vergleich mit Daniel 9. Spekulieren will da ja niemand. Spekuliert und vorausgesetzt, beziehungsweise freihändig unterstellt, ist der Startpunkt der 70-Jahr-Wochen im Jahr 445 vor Christus. Dazu hatte ich auch schon mal ein Video gemacht. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielmehr ist die Heilige Schrift so tiefgründig, dass wir sie niemals ganz ergründen können. Allerdings hängt unser Wachstum davon ab, inwieweit wir dem Erkannten gehorsam sind und Gottes Wort in uns Raum geben. Die Bedeutung der 70-Jahr-Wochen Daniel betete um ein tieferes Verständnis für die 70 Jahre der Gefangenschaft Judas. Daniel 9, Vers 2 Nun schenkte ihm der Herr nicht nur diesbezüglich einen Einblick, sondern der Blick geht über die damalige Wiederherstellung Israels hinaus, bis Gott mit Israel zum Ziel gekommen ist. Der Wiederaufbau Jerusalems nach der Rückführung war noch nicht das endgültige Ziel, sondern nur eine Zwischenetappe. Was bedeuten nun die 70 Wochen? G. Mayer, also Gerhard Mayer, sieht in dem Begriff Jahrwoche die beste Übersetzung. Fußnote 1, Gerhard Mayer, der Prophet Daniel, Brockhaus Verlag, 1982 Eine Jahrwoche umfasst sieben Jahre, was wiederum mit dem Jahresrhythmus in 3. Mose 25, Vers 8 und 9 übereinstimmt. Und du sollst zählen solcher Sabbatjahre 7, dass sieben Jahre siebenmal gezählt werden. Und die Zeit der sieben Sabbatjahre mache 49 Jahre. Eine weitere Bestätigung für die Jahrwochen ergibt sich aus dem Zusammenhang zwischen Daniel 9, Vers 27 sowie Kapitel 7, Vers 25 und 12, Vers 7. Daniel 9, Vers 27 Im Neuen Testament finden wir diese Einheiten in Offenbarung 12, Vers 6, Und das Weib entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hat, bereitet von Gott, dass sie daselbst ernährt würde, 1260 Tage. Offenbarung 12, Vers 14 Und es wurden dem Weibe zwei Flügel gegeben wie eines großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort, da sie ernährt würde, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit vor dem Angesicht der Schlange. Offenbarung 13, Vers 5 Und es ward ihm gegeben ein Mund, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Die Zeit aus Daniel 7, 25 und 12, Vers 7 ist jeweils ein Jahr. Sieben ist ja die göttliche Zahl, und so stehen sowohl die Jahre wie auch die Jahrwochen für Gottes vollkommenes Handeln mit seinem auserwählten Volk Israel. Er kommt durch alle Wernisse dieser Zeit zu seinem Ziel, und am Ende wird alle Ehre ihm sein. Der Abschluss der 70 Jahrwochen In Vers 24 ist wichtig, wie die 70 Jahrwochen zum Abschluss gebracht werden. An dieser Stelle ist nicht die Rede von dem Sieg über die Feinde, sondern von der Sühnung der Schuld, ewiger Gerechtigkeit und der Salbung des Allerheiligsten. Das Wort für Salbung ist dieselbe Wortwurzel, von welcher auch das Wort Messias, der Gesalbte, abgeleitet ist. Damit hat die Errettung und Erneuerung Israels ihren Grund allein in Christus, dem Gesalbten. Ja, das mag vielleicht die gleiche Wortwurzel sein, aber hier geht es um ein Allerheiligstes, das gesalbt wird, und nicht um Jesus Christus. Hier geht es um den vierten Tempel in Hesekiel, den er später auch noch anspricht, und der im tausendjährigen Reich wiederkommen wird und dann auch gebaut wird. Was hier fehlt, ist die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems. Und es geht auch nicht um die Errettung und Erneuerung Israels, sondern es geht um die Wiedergeburt der Stadt Jerusalem. Weil das aber nicht bekannt ist oder weil man das nicht kennen will oder wissen will, deswegen legt man hier anders aus und man spricht von einer Errettung und Erneuerung Israels. Diese Errettung und Erneuerung Israels, die wird auch kommen, aber die wird das irdische Volk Israel betreffen und nicht das himmlische Volk Jesu Christi. Also hier an die Stelle gehörte eigentlich die Wiedergeburt Jerusalems. Und der Abschluss der Gemeinde in der Stadt Jerusalem. Aber schauen wir mal weiter. Natürlich beinhaltet die Erneuerung Israels auch den Sieg über die Feinde von Gottes Volk und das Gericht, von welchem Daniel an anderer Stelle spricht. Gottes Ziel mit Israel ist aber vor allem seine geistliche Erneuerung, die dann in wahren Gottesdienst und Anbetung und die Verherrlichung des Herrn hinein mündet. Darum wird hier das Allerheiligste genannt, als der Ort der Gegenwart Gottes. Ja, hier geht es auch wieder ein bisschen durcheinander, weil Gottes Ziel mit Israel nicht dessen geistliche Erneuerung ist, sondern Gottes Ziel mit der Stadt Jerusalem ist deren geistliche Erneuerung, dann nämlich, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Gottes Ziel mit Israel ist dessen Erneuerung im tausendjährigen Reich, aber als irdisches Volk Gottes, das dann auch im vierten Tempel in Hesäkiel wieder anbetet. Dann schreibt er hier unten, darum wird hier das Allerheiligste genannt, als der Ort der Gegenwart Gottes. Diese Gegenwart Gottes, die wird im tausendjährigen Reich wieder im Tempel sein, im vierten Tempel in diesem Hesäkiel-Tempel. Und die wird auch nochmal in Jerusalem kommen, ganz unerwartet. Das erwartet ja niemand von den evangelikalen Pastoren, dass Jerusalem nochmal wiedergeboren wird. Und das wird hier in der Passage eigentlich alles ineinander vermengt und vermischt, ohne das genau zu unterscheiden. Ich wollte da nur mal darauf hinweisen, wir schauen weiter. Ja, also auch hier wieder die Aussage, dass der dritte, sogenannte dritte jüdische Tempel in der Endzeit gebaut würde. Da habe ich schon ganz, ganz viele Videos zu gemacht. Es gibt nirgendwo in der Bibel eine Aussage, weder im Alten noch im Neuen Testament, dass dort ein Tempel gebaut würde. Man bezieht immer wieder diese Stellen dann auch aus alttestamentlichen Stellen eigentlich auf den Tempel in Hesäkiel oder müsste ihn auf den Tempel in Hesäkiel beziehen, aber man leitet daraus dann aus diesen Stellen irgendwie ab, dass die Juden noch einen Tempel in Jerusalem bauen würden. Es gibt im Neuen Testament nur zwei Bibelstellen, die von einem Tempel sprechen, und zwar von einem Tempel Gottes. Da habe ich auch mehrfach schon Videos zu gemacht. Der Tempel Gottes ist die Gemeinde Jesu Christi, und zwar durchgängig im Neuen Testament, ohne jegliche Ausnahme. Der Tempel der Juden, den die Juden bauen wollen und dann irgendwann in der Endzeit oder in nächster Zeit dann betreiben wollen nach alttestamentlichem Muster, ist nicht der Tempel Gottes, weil dort blutige Opfer gebracht werden, die dem Opfertod Jesu Christi auf Golgatha widersprechen. Wenn Jerusalem wiedergeboren werden wird, dann ist die ganze Stadt ein Tempel. Und dieser Tempel ist gemeint von Paulus. Dann sind dort in Jerusalem Juden, die an Jesus Christus glauben, und dann ist das auch ein Tempel Gottes. Also die ganze Stadt Jerusalem ist dann ein Tempel Gottes. Und weil Jerusalem nicht gebaut werden muss, sondern weil die Mauern schon stehen, und dort eigentlich nur die Wiedergeburt noch fehlt, deswegen steht nirgendwo im Neuen Testament, dass dieser Tempel gebaut werden müsste. Es wird lediglich dessen Existenz vorausgesetzt, dass dieser Tempel kommt. Warum ist das so? Weil die Stadt Jerusalem, beziehungsweise die Mauern Jerusalems, nicht mehr gebaut werden müssen, sondern die sind errichtet. Was in Jerusalem fehlt, ist die Bedrängnis Jerusalems, die Wehen, die diese Stadt überfallen, die Tochter Zion kommt in Wehen und kommt zur Wiedergeburt und kommt zu Glauben an Jesus Christus. Dann wird die Stadt Jerusalem zu einem geistlichen Tempel, zu einem Tempel Gottes. Deswegen muss dieser Tempel nicht gebaut werden, nicht physisch, baukonstruktiv errichtet werden, sondern der entsteht dann, wenn Jerusalem geistlich erweckt wird in der Endzeit. Das heißt, der Ausgang der Gemeinde, der Beginn der Gemeinde war in Jerusalem und das Ende der Gemeinde wird auch wieder in Jerusalem sein. Dann nämlich, wenn Jerusalem wiedergeboren werden wird. Da habe ich viele Videos zu gemacht, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Hier an diesen Bibelstellen, da sieht man, dass die Ausleger genauso denken wie Nicodemus. Die sagen, wenn in der letzten Zeit ein Tempel da sein wird, wegen mir auch ein Tempel Gottes, irgendwie wird das dann interpretiert auf Israel, was aber Unsinn ist, weil auch keinen Sinn macht, weil in diesem Tempel wird ja auch ein hoher Priester wieder eingesetzt werden und der würde ja dem hohen Priestertum Jesu Christi widersprechen. Da müssten sich die Ausleger eigentlich mal Gedanken zu machen, was sie da überhaupt behaupten. Aber man denkt in den Dingen ganz irdisch. Genau wie Nicodemus sagte, zur Wiedergeburt soll ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen und von neuem geboren werden. Wie soll das gehen? Johannes 3. Genauso gehen die Ausleger hierher und sagen, wenn für die Endzeit ein Tempel angesprochen ist in den Bibelstellen bei Paulus zum Beispiel, 2. Thessalonischer 2 oder Offenbarung 11, das sind die einzigen beiden Stellen, die von so einem endzeitlichen Tempel in Anführungsstrichen sprechen, dann muss der ja gebaut werden. Nicodemus sagt, wenn ich von neuem geboren werden soll, dann muss ich wieder in den Leib meiner Mutter gehen. Und genauso wird auch ausgelegt heute von den Auslegern, die haben eine ganz irdische Vorstellung von diesem Tempel und die sagen, wenn da ein Tempel angesprochen ist, gibt es ja nur eine Möglichkeit, wie so ein Tempel entstehen kann und dann muss der halt mit Steinen und Holz errichtet werden. Und deswegen sagt er auch hier, dieser dritte Tempel, der muss noch gebaut werden. Das ist aber nicht richtig, das sagt die Bibel auch nirgends. Wie gesagt, die Bibel sagt nur, dass ein solcher Tempel kommen wird. Und Zacharja sagt da sehr schön, oder als Zacharja diese Nachtgesichte bekommt, in diesem Nachtgesicht mit dem Ölbaum, mit den beiden Ölbäumen und dem Leuchter, da sagt der Engel, das wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist spricht der Herr. Das heißt, das, was Zacharja dort in diesem Nachtgesicht gesehen hat, das wird nicht durch äußere Anstrengungen entstehen, sondern das wird durch Gottes Geist entstehen. Was sieht Zacharja? Einen Leuchter und links und rechts davon einen Ölbaum, der Ölbaum für Jerusalem vor 2000 Jahren, als Jerusalem wiedergeboren wurde. Und, oder ich muss es anders sagen, Zacharja sieht die Gemeinde Jesu. Und die Gemeinde Jesu wird nicht durch Heer oder Kraft entstehen, durch menschliche Anstrengungen, durch äußere Umstände, sondern durch Gottes Geist entsteht die Gemeinde Jesu. Woraus besteht die Gemeinde Jesu? Aus Juden und aus Heiden. Aus Juden und aus Nichtjuden. Ja, und wie wird es in der Heilsgeschichte beschrieben? Naja, Jerusalem hat Wiedergeburt erlebt vor 2000 Jahren. Dazwischen war die Gemeinde aus den Nationen und am Ende der Zeit kommt Jerusalem wieder, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Das heißt also Ölbaumleuchter, Ölbaum. Ja, das Öl kommt aus der jüdischen Stadt Jerusalem. Da ist der Geist Gottes als erstes ausgegossen worden. Die Gemeinde in den Nationen, die hat Gottes Wort und Licht in die ganze Welt gebracht. Das ist der Leuchter. Und am Ende der Zeit kommt der Ölbaum wieder dann, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Und das alles wird nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Genauso wird dieser Tempel, von dem Paulus schreibt und von dem Johannes in Johannes 11 schreibt, nicht durch menschliche Kraft gebaut werden. Sondern das wird durch Gottes Geist geschehen, wenn Jerusalem wiedergeboren wird. Ich finde das erstaunlich. Ich finde es zum Teil sehr bedenklich, dass evangelikale Prediger so irdisch, so menschlich, so jüdisch, so nikodämisch denken über diesen Tempel, der da angeblich kommt. Und dann mit einem solchen Nachdruck postulieren, dass dieser Tempel gebaut werden muss. Ja, hier kann man das eigentlich sehr schön sehen, dass da mir eigentlich viel zu wenig geistliches Verständnis ist. Wenn die zur Zeit von Paulus gelebt hätten und Paulus gesagt hat und geschrieben hat, dass die Korinther ein Tempel im Heiligen Geist sind, dann hätten die das auch nicht geglaubt. Ja, weil das war noch viel schwieriger zu verstehen, als jetzt zu verstehen, dass Jerusalem wiedergeboren wird am Ende der Zeit. Aber wir schauen weiter. In der 70. Jahrwoche geht es zunächst um diesen dritten Tempel, Daniel 9,27, in welchem der kommende Antichrist den Gräuel der Verwüstung aufrichtet, während schon einige Verse zuvor der vierte Tempel, Vers 24, nach der Wiederkunft Jesu als Ziel aufleuchtet. Heute haben wir eine Situation mit geistlich notvollen Entwicklungen. Dazu benötigt es klare Stellungnahmen. Wir müssen bei allen wichtigen Positionen aber auch beachten, dass wir nicht nur in einem Abwehrkampf stehen bleiben. Dasselbe Ziel, welches der Herr mit Israel hat, gilt auch heute für seine Gemeinde. Deshalb soll unser Hauptanliegen nicht nur der notwendige Abwehrkampf sein, sondern dass die Gemeinde wieder neu ein Ort wird, an dem Christus geehrt und verherrlicht wird, so wie wir es in der Bibel lesen. Epheser 4, Vers 21-22 Der Ablauf der 70-Jahrwochen Die 70-Jahrwochen teilen sich in drei Epochen. In Vers 25 geht es um sieben Jahrwochen, 49 Jahre. In Vers 26 um 62 Jahrwochen, 434 Jahre. Und in Vers 27 um eine Jahrwoche, sieben Jahre. Die 70-Jahrwoche. Den Zeitpunkt zum Ansetzen der Jahrwoche finden wir in Vers 25. Es ist der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems. Hier geht es wohl um den Erlass des Ataxerxes im Jahr 445. Ja, hier formuliert Johannes Pflaum, hier geht es wohl um den Erlass des Ataxerxes. Er sagt nicht mehr, hier geht es um den Erlass des Ataxerxes, sondern hier geht es wohl um den Erlass des Ataxerxes. Hier geht es eventuell um den Erlass des Ataxerxes. Das finde ich interessant, ja, weil das sonst immer so postuliert wird von den Auslegern. Aber ich denke, dass man hier spürt, dass eine gewisse Unsicherheit und vielleicht auch eine gewisse Vorsicht eingetreten ist bei der Behauptung dieser Aussagen. Er sagt einige Zeilen vorher. Den Zeitpunkt zum Ansetzen der Jahrwochen finden wir in Vers 25. Es ist der Befehl zum Wiederaufbau Jerusalems. Hier geht es wohl um den Erlass des Ataxerxes im Jahr 445 vor Christus. Ich finde das interessant und finde das auch wichtig. Und es scheint vielleicht ein bisschen ein Umdenken oder überhaupt mal ein Nachdenken einzusetzen. Das wäre schön. Wir schauen weiter. Hier geht es wohl um den Erlass des Ataxerxes im Jahr 445, mit welchem er Nehemia zum Wiederaufbau der Stadt sandte. Die ersten sieben Jahrwochen umfassen eine Zeitspanne von 49 Jahren. Somit wäre der Beginn dieser 49 Jahre 445 vor Christus. Ja, das ist schlecht gerechnet. Ja, das ist schlecht gerechnet oder zumindest schlecht argumentiert. Denn die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Er schreibt, die ersten sieben Jahrwochen umfassen eine Zeitspanne von 49 Jahren. Somit wäre der Beginn dieser 49 Jahre 445 vor Christus. Das hat ja nichts miteinander zu tun. Ja, wenn man von 445, 49 Jahre abzieht, dann kommt man ins Jahr 395 vor Christus. Da ist heilsgeschichtlich oder prophetisch überhaupt nichts passiert. Und zu sagen, dass diese sieben Jahrwochen jetzt eine Zeitspanne von 49 Jahren umfassen und dass der Grund wäre, warum 445 der Startpunkt für die 70 Jahrwochen sind, hat kausal nichts miteinander zu tun. Das ist ein Scheinargument. Ja, wir schauen weiter. Wir lesen in Vers 25, dass der Gesalbte, der Fürst, nach sieben 49 Jahre und 62 Jahrwochen, 434 Jahre, kommt. Ja, also das soll jetzt die Begründung sein, warum man die 69 Jahrwochen addiert. Ja, das soll jetzt der Grund sein, warum man die sieben und die 62 Jahrwochen addiert und daraus 69 Jahrwochen macht. Somit dann also die drei Fristen, die der Engel vorgegeben hat, zu zwei Fristen macht, was man eigentlich nicht tun darf. Warum hier die ersten 69 Jahrwochen in zwei Teile geteilt werden, wissen wir nicht. Also jetzt sagt er es noch deutlicher. Er sagt, warum hier die ersten 69 Jahrwochen in zwei Teile geteilt werden, wissen wir nicht. Sie wissen also nicht, warum die ersten 69 Jahrwochen zwei Teile haben, und zwar einmal sieben Jahrwochen und einmal 62 Jahrwochen. Sie wissen auch nicht, warum sie es addieren. Sie wissen nicht, warum der Engel das gesagt hat. Ja, der Engel sprach ja von sieben Wochen und 62 Wochen und einer siebzigsten Woche. Sie wissen also nicht, was sie tun, aber sie tun es trotzdem. Das ist schon erstaunlich. Und vor allem ist erstaunlich, dass er das hier auch einfach mal zugibt und mal schreibt. Finde ich gut, ja. Dass er sagt, wir wissen nicht, warum der Engel die ersten 69 Jahrwochen in zwei Teile geteilt hat. Dann schreibt er aber weiter, trotzdem macht es Sinn, beide Perioden zusammen zu zählen. Na ja, gut, Sinn. Wenn man nicht genau weiß, warum man etwas tut, dann ist die Frage, ob das sinnig ist, ja. Und ob das sinnig überhaupt sein kann. Man macht das natürlich deswegen, weil man 445 frei und willkürlich wählt von diesen drei Ausgangszeitpunkten, Kyros, Darius und Ataxerxes. Die haben ja alle drei ein Edikt gegeben, Jerusalem oder den Tempel wieder aufzubauen. Da rätselt man ja immer noch dran rum. Und eigentlich passt nur die Frist 445 vor Christus, also das Edikt von Ataxerxes, weil man nur so bis zu Jesus rechnen kann. Warum sie die Jahrwochen jetzt, die 67 und die 62 Jahrwochen addieren, das macht deswegen nur Sinn, weil es nur so zum Sterbedatum Jesu Christi kommen, ja. Aber das ist auch so ein Punkt, weil Jesus wurde ja vor seiner Kreuzigung in Dienst gesetzt, ja. Ungefähr drei Jahre, ja. Man weiß das nicht so ganz genau. Aber es scheinen ungefähr drei Jahre zu sein, ja. Der Engel sagt aber, dass ein Gesalbter kommt und nicht, dass ein Gesalbter gekreuzigt wird. Das sind alles Punkte, die nicht zusammenpassen und auch nicht stimmig sind. Und sie wissen nicht, warum der Engel drei Teile macht, ja. Deswegen machen sie einfach zwei daraus, nämlich einmal 69 oder eine 70. Jahrwoche, die noch kommen soll. In meinen Videos habe ich das anders gemacht. Ich rechne von 605 aus. Das ist das Kapitel, das Daniel in Daniel 9 gelesen hat. Daniel hat in Daniel 9 Jeremia 25 gelesen. Jeremia 25 wurde im Jahr 605 vor Christus geschrieben. Wenn man vom Jahr 605 aus rechnet, dann kommt man nach 49 Jahren auf Kyros einen Gesalbten. Und an diesen Punkten kommt man nicht vorbei, ja. Wenn man anders rechnet, ist es falsch. Das Kapitel 25 im Jeremia-Buch hat allein drei Zeitangaben, wann das verfasst wurde. Nämlich im ersten Jahr von Nebukadnezar. Das Kapitel nennt drei Zeitpunkte, nämlich den Regierungsantritt von einem heidnischen König, die Regierungsjahre von einem jüdischen König und die Dienstjahre von einem jüdischen Propheten, nämlich vom Propheten Jeremia. Das heißt, wir haben in diesem Kapitel 25 allein drei Zeitangaben, die uns allesamt aufs Jahr 605 verweisen, so als ob Gott das sehr, sehr wichtig gewesen ist, dass wir von da aus rechnen. Und dann kommen auch tatsächlich nach 49 Jahren kommt dann auch ein Gesalbter, nämlich der Kyros, der in Jesaja 44 und 45 auch ein Gesalbter des Herrn genannt wird. Das sind für mich Fixpunkte. Und man kann nicht einfach vom Jahr 445 aus rechnen, weil man ein vordefiniertes Ergebnis haben will, nämlich den Tag der Kreuzigung Jesu Christi. Denn in Daniel 9 steht ja, dass nach sieben Wochen und 62 Jahrwochen ein Gesalbter, ein Fürst kommt und nicht, dass er gekreuzigt wird. Da steht, dass nach 62 Jahrwochen ein Gesalbter abgeschnitten wird oder nichts mehr haben wird, nichts mehr sein wird. Aber man beachtet das irgendwie gar nicht. Man geht darüber hinweg, weil man so froh ist, dass diese Rechnung stimmt von Adaxiaxis. Angeblich stimmt. Für mich ist das Jahr 605 ein Fixpunkt. Da kommt man nicht dran vorbei. Nach 49 Jahren kommt erstaunlicherweise dann auch ein Gesalbter, nämlich Kyros. Und wenn man nochmal vom Jahr 605 ausrechnet und dann 62 Jahrwochen rechnet, dann kommt man bis auf Antiochus Epiphanes, der im Daniel Kapitel 7, 8, 9, 10, 11 bis ins Kapitel 12 beschrieben wird und in dem die ganze Daniel-Prophetie gipfelt. Dann haben wir drei Fristen. Dann haben wir einmal sieben Wochen, die rechnen wir bis Kyros. Dann haben wir 62 Wochen, die rechnen wir bis Antiochus Epiphanes. Nach 62 Wochen wurde Antiochus Epiphanes ausgerottet und zwar genau sieben Jahre später, denn seine Regierungszeit war sieben Jahre. Dann tritt eine lange Frist ein bis in die Endzeit, bis die 70. Jahrwoche kommt, in der ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes kommt. Dann haben wir drei Fristen. Und dann macht die Bibel einen Sprung vom historischen Antiochus Epiphanes, der nach 62 Jahrwochen kommt, in die 70. Jahrwoche, wo ein endzeitlicher Antiochus Epiphanes kommt. Und genau dasselbe macht Kapitel 11. Denn in Kapitel 11 steht von Vers 22 bis Vers 45 von dem historischen Antiochus Epiphanes. Wenn man das aber genau liest, dann macht die Bibel ab Vers 36 einen Sprung. Das heißt, die Bibel berichtet dort von Vers 22 bis Vers 35 vom historischen Antiochus Epiphanes und von Vers 36 bis Vers 45 von dem endzeitlichen Antiochus Epiphanes. Das heißt, Daniel 11 macht textlich den gleichen Sprung, nämlich vom historischen Antiochus Epiphanes zum endzeitlichen Antiochus Epiphanes, zum Antichristen, wie auch Daniel mit seinen 62 Jahrwochen, die enden mit dem Kommen des historischen Antiochus Epiphanes, der dann nach sieben Jahren Dienstzeit stirbt, einen schändlichen Tod stirbt und nichts mehr hat. Und dann macht die Bibel und die Daniel-Prophetie einen Sprung bis in die Endzeit zum endzeitlichen Antichristen. Das heißt, das, was in Daniel 9 mathematisch gezeigt wird, macht Daniel 11 textlich und inhaltlich. Und da sind die Entsprechungen. Da kommt diese Rechnung nicht mit. Wir schauen weiter. Trotzdem macht es Sinn, beide Perioden zusammen zu zählen. Das ergibt 483 Jahre. Es geht um das 360-Tage-Jahr, Sonnenjahr. Mit dieser Berechnung kommen wir etwa ins Jahr 29 bis 30 nach Christus. Nun wissen wir, dass Christus einige Jahre vor dem Jahr 1 geboren wurde. Somit stehen wir in Daniel 9, Vers 26 direkt bei der Kreuzigung, dem Gesalbten, der nach 69 Jahrwochen ausgerottet wird. Im Zusammenhang mit dem Ende der 62 Jahrwochen lesen wir, dass es für Jerusalem eine Zeit der Bedrängnis oder kummervolle Zeit sein wird. Vers 25 Jerusalem kommt nicht mehr zu dem Glanz, welches es vor der Zerstörung des Nebukadnezar hatte. Diesen Sachverhalt finden wir zwischen der Zeit Nehemiahs und Jesu. Jerusalem wurde immer wieder durch Feinde bedrängt und war keine unabhängige Hauptstadt, sondern stets unter Fremdherrschaft. Den Makabären gelang es zwar im 2. Jahrhundert v. Chr. für einige Jahrzehnte eine gewisse Zeit Unabhängigkeit zu erstreiten. Dies war aber nicht zu vergleichen mit der Bedeutung Jerusalems vor der Wegführung nach Babel. Am Ende der 2. Periode, 62 Jahrwochen, steht die Ausrottung des Gesalbten, der keine Hilfe findet. Die Kreuzigung des Herrn Jesu. Gerhard Mayer weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass das hebräische Wort für Ausrottung noch weitere Bedeutungen hat. Einen Bund schließen und die Todesstrafe erleiden. Fußnote 4, Gerhard Mayer, der Prophet Daniel, Brockhaus Verlag, 1982 Das erfüllte sich alles in der Verurteilung und Hinrichtung des Herrn Jesus. Zugleich wurde damit der neue Bund besiegelt. Lukas 22, Vers 20 Auch die Vorhersage, dass der Messias keine Hilfe findet, hat sich am Kreuz mit dem Spott und den Lästerungen der Vorübergehenden wörtlich erfüllt. Matthäus 27, Vers 40 bis 43 Außerdem erinnert dieses Wort an den Ausruf unseres Herrn, Psalm 22, Vers 2 und Matthäus 27, Vers 46 Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Vater musste sich vom Sohn um unserer Sünden willen zurückziehen und als gerechter Gott das Gericht an ihm vollziehen. Die Ereignisse nach den 69 Jahrwochen Wenn wir die Periode der ersten neun Jahrwochen mit der zweiten Periode der 62 Jahrwochen zusammenzählen, kommen wir insgesamt auf 69 Jahrwochen. Das ist ja ein Druckfehler, das müsste sieben Jahrwochen heißen. Im Anschluss an die Hinrichtung des Messias wird die Zerstörung Jerusalems und des Heiligtums Tempels vorausgesagt. Dieses Verknüpfen der Ereignisse führt zu dem Rückschluss, dass die Zerstörung des Tempels und Jerusalems eine Folge des Todes des Messias waren. Die Zerstörung des Tempels deshalb, weil durch das vollkommene und ewig gültige Opfer Jesu der Opferdienst des alten Bundes erfüllt ist. Hebräer 8, Vers 13 Die Zerstörung Jerusalems hatte Herr Jesus selbst als Gericht für seine Ablehnung und Kreuzigung durch die damalige Generation vorausgesagt. Ja, das wird auch immer wieder behauptet, dass Jesus in den Endzeitreden die Zerstörung Jerusalems als Gericht für seine Ablehnung und Kreuzigung vorausgesagt hat. Das Problem dabei ist, dass der Engel Gabriel ja zu Daniel in Daniel 9 gesagt hat, 70 Wochen sind für dein Volk und für die heilige Stadt bestimmt. Diese 70 Wochen sind also der Rahmen, in dem die Gottesgeschichte mit Israel stattfindet. Ja, die sind bestimmt für dein Volk und für die heilige Stadt. Diese 70 Wochen. Alle Ereignisse, die außerhalb dieser 70 Wochen liegen, gehören nicht zur Prophetie Daniels, zumindest mal nicht zu der Prophetie Daniels in Daniel 9. Denn der Engel hat diesen Rahmen bestimmt mit diesen 70 Jahrwochen. Die Zerstörung Jerusalems geschah im Jahr 70 nach Christus. Selbst nach der Berechnung, die hier zugrunde gelegt wird, enden die ersten 69 Jahrwochen aber mit dem Tod Jesu Christi. Und dieser Tod Jesu Christi war nach den Aussagen von Johannes Pflaum im Jahr 29 oder 30 nach Christus und nach den Aussagen von Roger Liby im Jahr 32 nach Christus. Ja, da differieren auch die Aussagen. Ist jetzt aber nicht ganz so schlimm. Denn selbst wenn die ersten 69 Wochen im Jahr 32 nach Christus geendet haben, so wie Roger Liby sagt, dann lag ja die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus fast 40 Jahre außerhalb dieser 70 Jahrwochen. Also 40 Jahre, fast 40 Jahre nach dem Ende der 69. Jahrwoche. Und damit kann die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus durch Titus nicht gemeint sein. Zumindest nicht hier in Daniel. Und wahrscheinlich, ich möchte sagen, sicherlich auch nicht in den Endzeitreden Jesu. Das klingt natürlich jetzt mal total heftig. Ich würde auch zugestehen wollen, dass Jesus zu den Jüngern sagt, seht ihr nicht das alles hier? Ja, hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Dass Jesus damit unter Umständen auch die Zerstörung Jerusalems durch die Römer mit gemeint haben könnte. Ja, aber in der Daniel-Prophetie ist sie auf keinen Fall enthalten. Einfach deswegen, weil die Zerstörung Jerusalems im Jahr 70 nach Christus war. Jesus sagt, auch hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Ist das Wort Gottes und die Aussage Jesu verlässlich, ja oder nein? Ich glaube schon. Aber die Westmauer des Tempels steht ja noch, die Klagemauer. Müsste die nicht dann auch zerstört worden sein? Und wenn Jesus sagt, seht ihr nicht das alles, kann es nicht sein, dass Jesus damit die komplette Stadt Jerusalem meint? Dass von der ganzen Stadt Jerusalem nichts mehr übrig bleibt? Wann denn? In der großen Verwüstung, in der letzten 70. Jahrwoche. Die Verwüstung wird so groß sein, dass die Heiden die Stadt zertreten. Steht in der Offenbarung. Und zwar 42 Monate lang. Steht in Offenbarung 13. Der Engel spricht hier von einer großen Verwüstung. Es geht ja nicht nur um die Berechnung dieser 70-Jahrwochen. Nicht nur um die Rechnung an sich. Sondern der Engel sagt zu dem Daniel, du glaubst, dass die 70-jährige babylonische Gefangenschaft eine Verwüstung gewesen ist? Nein, sagt der Engel. Da kommen 70 Siebener. Und in diesen 70 Siebenern, da wird eine große Verwüstung sein. Und diese Verwüstung wird sein bis zum Ende. Und es wird einen Gräuel der Verwüstung geben. Und diese Verwüstung der 70. Jahrwoche, die beinhaltet was? Die komplette Zerstörung der modernen Stadt Jerusalem im modernen Stadt Israel. Das ist das Grauslige und Erschreckende, was die Prophetie uns sagt. Um das nochmal kurz zusammenzufassen. Die Zerstörung des Tempels, des zweiten Tempels, im Jahr 70 nach Christus, lag außerhalb der 70-Jahrwochen-Ordnungen. Denn selbst nach den Berechnungen, die hier angestellt werden, liegt die Zerstörung des zweiten Tempels 40 Jahre nach dem Ende der ersten 69-Jahrwochen. Bei meiner Berechnung enden ja die ersten Jahrwochen sogar schon im Jahr 171 vor Christus. Das heißt, die Zerstörung des zweiten Tempels im Jahr 70 nach Christus, die liegt 240 Jahre später, als die ersten Jahrwochen überhaupt enden. Und damit liegt die Zerstörung des Tempels nach dem Ende der ersten 69-Jahrwochen und vor dem Beginn der letzten 70. Jahrwoche. Damit außerhalb der 70-Jahrwochen. Und der Engel sagt, 70 Wochen sind bestimmt über dein Volk und über die heilige Stadt. Das ist etwas, was man berücksichtigen muss. Und ein weiteres Problem bei dieser Art der Auslegung. Mit erschreckender Genauigkeit hat sich diese Prophezeiung aus Daniel 9 im Jahr 70 erfüllt, als durch die römischen Truppen unter dem Befehlshaber Titus Jerusalem erobert und der Tempel zerstört wurde. Titus hatte den ausdrücklichen Befehl gegeben, den Tempel zu schonen. Durch den erbitterten Widerstand der jüdischen Zeloten waren aber die römischen Soldaten so in Rage, dass einer eine Brandfackel nahm, in den Tempel schleuderte und das Gebäude in Brand setzte. Als der Tempel dann durch den Brand zerstört war, gab Titus anschließend den Befehl, das Gebäude völlig zu schleifen. Damit erfüllte sich ebenso Matthäus 24, Vers 2 wörtlich. Im Anschluss an die Zerstörung Jerusalems und des Heiligtums sagt Daniel bis zum Ende Krieg und Verwüstung über die heilige Stadt voraus. Damit haben wir die Parallele zu Lukas 21, Vers 24. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden. Erst in der Zeit am Ende, von welcher Daniel 9, Vers 24 spricht, Wenn die 70 Jahrwochen abgeschlossen sind, wird Jerusalem zur Stadt des Friedens und der Gerechtigkeit werden, Vers 24. Seit dem Jahr 70 wurde Jerusalem immer wieder von verschiedenen Mächten erobert und zerstört. Die Zeit der Verwüstung, Vers 26, ist somit auch die lange Unterbrechung zwischen der 69. und der 70. Jahrwoche. Das kann aus den vorgenannten Gründen nicht sein und hat der Engel auch nicht gesagt. Die Verwüstung kommt erst in der letzten 70. Jahrwoche. Und alles, was der Engel sagt und was sich auf die Zukunft bezieht, muss sich immer wieder auch innerhalb dieser 70-Jahrwochen Rahmen bewegen. Alles, was außerhalb der 70-Jahrwochen liegt, ist nicht Gegenstand der Prophetie des Engels Gabriels. Und damit ist die Verwüstung auch nicht die lange Zeit zwischen den ersten Jahrwochen und der letzten 70. Jahrwoche. Das gilt es zu berücksichtigen. Mit dem Auftreten des Antichristen wird die 70. Jahrwoche zu laufen beginnen. Das wird auch immer wieder so gesagt von den Auslegern, dass die 70. Jahrwoche mit dem Auftreten des Antichristen beginnen würde. Es ist natürlich so, dass der Antichrist, dieser zukünftige Fürst, einen Bund schließt für sieben Wochen oder für eine Woche, für sieben Jahre mit den vielen. Und man deutet das so, dass man sagt, der Antichrist schließt einen Bund mit Israel für sieben Jahre. Und weil der sieben Jahre dauert und die letzte 70. Jahrwoche auch sieben Jahre dauert, deswegen sagt man, die 70. Jahrwoche würde mit dem Auftreten des Antichristen beginnen. Das ist allgemeine Auslegung, findet ihr bei allen Auslegern. Ich würde dem widersprechen wollen. Ich sage, die 70. Jahrwoche beginnt mit dem Tag der Wiedergeburt Jerusalems. Das ist der Auslöser für die letzte 70. Jahrwoche. Und damit beginnen dann auch die Dinge zu laufen. Und das ist für uns auch das Fanal für die Endzeit. An dem Tag, an dem Jerusalem, die ganze Stadt Jerusalem und die, die dort eingeschlossen sind, militärisch belagert werden und zu Gott schreien und dann der Belagerer wieder abzieht. Und die, die dort diese Belagerung überlebt haben, den Namen Jesu Christi preisen. Und zwar weltweit, sodass das die ganze Welt sehen wird. Dass die heilige Stadt des Judentums den Messias Jesus verkündigt. Und zwar für 1260 Tage. Dieser Tag, an dem Jerusalem zu glauben an Jesus kommt, das ist der Beginn der 70. Jahrwoche. Damit sich diese Prophetie erfüllen kann, muss Israel wieder existieren und Jerusalem in jüdischer Hand sein. Dann wird in der zweiten Hälfte der 70. Jahrwoche Jerusalem noch einmal bedrückt und bedrängt werden. Mit der Wiederkunft Jesu und der damit verbundenen Errettung Israels ist die Zeit der Verwüstung endgültig abgeschlossen. Ja, das sehe ich auch so. Wenn Jesus wiederkommt, ist diese Zeit der Verwüstung abgeschlossen. Dann wird er sein Reich aufrichten. Ich schließe das hier ab. Ich kürze das hier auch ein bisschen ab. Mir ging es darum, zu zeigen, dass ganz offensichtlich auch bei den Auslegern, die der klassischen Auslegung folgen, ich will nicht sagen Zweifel eintreten, aber dass dort doch auch zugegeben wird, dass man nicht weiß, warum der Engel drei Fristen macht, wo man doch zwei rechnet. Und dass es wohl das Jahr 445 ist und dass man von Ataxerxes ausrechnen könne. Ja, aber so ganz überzeugt scheint man da nicht mehr von zu sein. Fand ich interessant. Vielleicht tritt dann Umdenken ein. Ich glaube, dass das, was ich gezeigt habe mit dem Jahr 605 und dass man von 605 ausrechnet, dass man drei Fristen hat, dass in Jeremia 25 drei Zeitpunkte genannt werden, die alle aufs Jahr 605 deuten, dass nach 49 Jahren ein Gesalbter kommt, nämlich Kyros, dass bei der zweiten Frist Antiochus Epiphanes plötzlich auftaucht in den 70-Jahr-Wochen-Berechnungen. Antiochus, der die Person überhaupt ist in der ganzen Daniel-Prophetie, keinem König, nicht mal Kyros oder Nebuchadnezzar, wird so viel Raum im Propheten Daniel eingeräumt wie Antiochus Epiphanes. Und der taucht plötzlich bei den Berechnungen der 70-Jahr-Wochen auf. Beide waren Fürsten bei ihrem Antritt, beide wurden später zugesalbten. Der Sprung von den ersten Jahr-Wochen hin zu den letzten Jahr-Wochen oder zur letzten Jahr-Woche ist genau der Sprung, der in Daniel 11 auch textlich verzogen wird. Also das sind sehr, sehr viele Dinge. Wir müssen keine Umrechnungen machen von Mondjahren in Sonnenjahre und 173.880 Tage rechnen. Das brauchen wir alles nicht, sondern wir kommen ganz natürlich und ganz ungezwungen zu zwei ganz wichtigen politischen Kräften, nämlich Tyrus und Antiochus Epiphanes, die beide in der Endzeit wieder auftreten werden, denn es kommen Könige vom Osten und es wird ein endzeitlicher Antiochus in der Endzeit auftreten. Und die werden Verwüstung machen und über diese Verwüstung spricht ja eigentlich auch der Engel. Und der Gräuel der Verwüstung ist, dass in dieser letzten 70. Jahr-Woche, in der Mitte der 70. Jahr-Woche, die wiedergeborenen Menschen in Jerusalem vom Antichrist getötet werden. Und das ist der Gräuel der Verwüstung. Und dass bei den Flügeln Gräuel der Verwüstung sein werden, da habe ich auch ein Video darüber gemacht, dieses Wort Flügel. Das bedeutet eigentlich bis in die letzte Spitze, in die letzte Ecke, bis in den letzten Winkel wird dieser Gräuel der Verwüstung reichen. Das ist das, was Daniel da sagt und was der Engel Gabriel dem Daniel weitergibt. Und das ist das, was bevorsteht. Ich lasse es hierbei, ich wollte das nur kurz zeigen, so als kleine Fingerübung. Ich freue mich darüber, dass auch bei den klassischen Auslegern da durchaus wohl Bereitschaft ist, die Dinge nicht mehr ganz so stark zu postulieren, sondern auch zu hinterfragen und zuzugeben, dass man nicht weiß, warum diese Fristen vom Engel da in drei Fristen aufgeteilt werden, statt in zwei. So, jetzt schließen wir ab. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald. Vielen Dank. Vielen Dank.